recht herzlich willkommen zur 15 folge von planet nomads ja wir wollen noch hier den berg hoch und hoffen dass wir das irgendwie hinkriegen zurzeit fährt er ja noch dass wir an den steinen vorbeikommen überall sieht momentan relativ gut aus könnte klappen hinten sind noch ein paar bäume dunkel draußen es geht steiler gerade hoch aber sieht gut aus oder ob wir schon das mal darüber irgendwie ist ja wahnsinn diese bergkette jetzt ist ja ein bisschen flacher war mal schneller jetzt wird sogar ein bisschen runter jetzt ist aber ganz dunkel ja irgendwie nimmt der berg kein ende aber wir fahren noch guck mal zwischen den steinen durch gute frage auf jeden fall geht es die ganze zeit hier runter äh hoch aber angeeckt shit und dass wir da vorbeikommen irgendwie hängen geblieben jetzt aber auch noch ja schafft ein paar büsche oder nicht mehr ich weiß nicht was das ist oder es war übergefahren ja irgendwie tut sich das schon wieder am berg auf oder was das ist nicht wahr oder komm mal da noch hoch sieht so steuert aus ne ich stehe nur ja super komm den hang hoch jetzt ein bisschen strich geht gerade so ne dann ist wieder hell oder runter runter und dann noch mal hoch schaut mal da hoch 3 3 3 3 5 jetzt fällte ich schon wieder geht 3 7 ok hoch auf 4 sollten wir schaffen und da sind besonders viele steine sohn kommen wir darum herum gefahren und da geht die sonne auf kommen wir nicht durch das irgendwie vorbei ne schade dann müssen wir uns einen anderen weg suchen da ist auch nicht besser ist gerade schlecht irgendwann haben wir jetzt wieder licht kommen wir hier vorbei naja kräftig um die kurve hier sind aber viele steine ne ganzes steinfeld jetzt sind wir auf dem südweg das ist schlecht wir wollen ja nach osten ok ja das haben wir geschafft im endeffekt aber der nächste berg tut sich ja schon wieder auf ne ja kommen wir noch hoch ja mühsam erhält sich das eichhörnchen mal so ein baum schon mal gesehen ich glaube nicht oder doch ja alles rot hier ne gerade kommt es mir so ein bisschen vor als ob ich hier schon mal gewesen wäre oder oder täuscht das täuscht ne jetzt ist hier noch hoche eben nach ok ok wird gerade nicht schnell ne so ob es hier hoch geht ne ok ist hier eine stetige steigerung oder was ok 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 ja ok es muss permanent hoch gehen schwindigkeit wird immer langsamer obwohl jetzt gerade nichts wieder zu gehen wo das nächste gebärger liegt vor uns ist kaum zu glauben. Es geht wieder steil berghoch. Das ist die Frage, ob wir da hochkommen. 7 kmh. Wir entdecken die Welt neu. Gibt es gar nicht. 2,9, 2,6. Um das irgendwie in der hoch zu kommen. Boah. Hm. Ja, wir kriegen gerade den Berg hoch. Das geht aber noch. Ich weiß nicht. Ganz peu à peu, ne? Horizont. Äh, in einen Baum. Nicht einen Berg. Den haben wir die ganze Zeit vor uns her. Ein Baum da. Machen wir noch einen Anstieg. Anstieg. Okay, den haben wir geschafft, den Hügel. Ein bisschen schneller. Der nächste Berg dann, ne? Hm. Interessanter Baum da vorne. Jetzt geht es schneller, wenn wir runterfahren. Okay. Wieder hoch. Steil hoch. 3,7, 3,6, 3,5. 3,6, 4, 4, 4. Oh, komm mal hoch. Da müssen wir uns ein bisschen Östlinge wieder erhalten. Jetzt wieder ein bisschen schneller. Einzelne Bäume da. Aber es geht immer noch hoch, ne? Ja. Und weiterfahren. Tja. Der nächste Berg kommt bestimmt, ne? Da vorne ist er. Wenn wir den Berg haben, dann kommt er nach wieder am Berg. Und so. So geht er immer weiter. Und ich weiß nicht, wo wir rum sind. Und wenn wir rum sind, dann weiß ich noch nicht mal, ob wir unsere Station wieder sehen würden. Ich weiß auch noch nicht mal, ob es hier irgendwie sowas wie eine Karte gibt es hier nicht, ne? Tab. Ne, da soll das Ding uns umstellen. Nö, ich wüsste jetzt nicht, wie hier eine Karte ist. MW Map habe ich probiert. 1 bis 4 waren die Zeichen. Äh, die, 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 warte mal, können wir kurz reingucken, aber da gab es keine Map, oder? Spannend, Autoron. Kriegen. Tools. Use Tools. Use Enter. Holster. Flashlight. Flashlight. Zoom Blue. Free Lock. Schwitz. Die anderen Tasten sind dann F2 hier. Building Block. Build Version. Errase Block. Place Block. Rotate. Change. Hot Bus Scouts. Slots. Nicht Scouts. Da wie man Auto baut und da das andere. Nö, da ist jetzt nichts dabei gewesen. Ja. Oh, nächstes Blech hoch, ne? Kriech, kriech, kriech und Fahr. Tja. Ja, da hinten ist noch wieder ein Hügel, ne? Jetzt geht's gleich wieder runter und dann wieder hoch und immer weiter, immer weiter. Diese hohesblättrigen Pflanzen hab ich aber noch nicht gesehen, also das ist hier wieder woanders, glaube ich. Jetzt geht's gerade einmal runter und dann wieder hoch, schau mal das, ja, mit Sprung ging's, ne? Nächste Tollgraben. Oh, wir weichen vom Kurs immer mehr ab, das ist nicht gut, wenn wir das durchbleiben, ne? Jetzt wieder ein Berg vor uns, bei der Hügel, jetzt wird's wohl nicht hoch gehen, ne? Doch. Ne, da ist Ende. Das Rad bewegt sich aber nicht richtig. Okay, ein bisschen rechts rüber. Geht das noch? Schau mal, das sieht gut aus, oder? Jetzt ist wieder hingeblieben. Hm. Komm schon. Man fährt auch immer irgendwie so komisch nach links jetzt wieder, wo ich nach rechts steuere. Kommen, den Berg kommt's doch noch hoch, oder? Eins, zwei, 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 null, schaffen wir, sind gleich oben, dann zieht's wieder runter. Ja. Mehr Osten. Gut. Steinebene hier, oder was? Sieht so aus, sind ziemlich viele Steine, ne? Ja. Nette Ebene hier, ne? Und ich würde jetzt fast sagen, wir bleiben mal hier. Fahren tut er auch von alleine, wie man gerade merkt, aber irgendwann ist der Schwung weg, und dann wird er nicht rückwärts. Okay. Ich denke, wir lassen's hier gut sein. Wir werden jetzt hier gleich mal aufsteigen, oder in der nächsten Folge machen wir das dann. Wir brauchen hier so einen Sender hin, damit wir noch einen Anhaltspunkt haben. Und dann fahren wir weiter und gucken, ob wir die andere Position finden oder nicht. Vor uns voraus wieder ein Berg. Wird wahrscheinlich schwierig sein, da hinzukommen, aber wir werden das in der nächsten Folge sehen. Ja. Was noch zu sagen? Frage mich nicht viel. Update steht irgendwie die nächsten Tage bevor. Soll es ja geben, am Anfang des nächsten Monats. Und ja, müssen wir mal gucken, ob das was wird. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.